3, 2, 1, Pleite! Fünf Horrorgeschichten aus dem Patent- und Markenrecht und wie ihr diese Probleme erfolgreich umschiffen könnt. Das ist mein Titel bei der eBay-Seller-Konferenz, die in etwa einer Woche am 22. Januar in Köln stattfindet. Ich bin Speaker. Über 1000 Tickets sind bereits verkauft. Vielleicht ergattert ihr ja noch ein Ticket. Kauft euch ein Ticket, trefft mich am 22. Januar 2019 im Maritim in Köln. Bis dann, wir sehen uns!